Wir bauen heute uns das eigene Hühner-Restaurant, äh, MBK. Bist du ready, oder was? Red and out, stand it! Ich bin ready, aber wo immer's kommt. 3, 2, 1, rein geht's! Oha! Junge, wie krank sieht das denn aus? Activate Moon Rocket. Okay, erstmal das hier, Leute. Äh, was hast du gemacht? Junge, Junge, okay, okay, vorbei, Bro. Ich hab schon eine Hühner-Farm hier. Ich hab ganz oft Slowmotion, du auch? Ich hab auch Slowmotion. Ja, ich glaub, das ist, wenn du da so läufst, oder so in dein Restaurant, dass du da nicht zu schnell langläufst, weil... Ich würd' erst mal klarkommen. Äh, hä, okay. Also ich hab hier... Oh mein Gott. Bro, also ich sag dir ehrlich, ich hab hier ne Chicken-Farm. Ich weiß noch gar nicht, was ich hab, irgendwie. Bro, ich hab hier richtig Junge... Ich sammle hier grad Eier. Ich sammle grad Eier ohne Ende. Ich sag dir, ich bin so eierreich. So, verkaufen wir alle. Boom, ich hab die größten Eier hier im Lande. Bist du grad auch dabei, deine Chicken-Farm auszubauen, oder was? Ja, ich hab grad den Parcours gemacht, der bringt aber irgendwie nichts. Das ist ein Parcours, Bro. Das ist ein Parcours und dann sammeln wir einfach nur ein Ei ein und das war's. Ja! Nein, ehrlich, ich schürze, mach den auch. Wenn du willst, mach den. Nee, nee, nee. Also der bringt gar nichts. Ja, aber du freust wieder, Bro. Ich mach grad erst mal was fertig. Ich will grad eh keinen Takun machen, also von daher... Äh, Parcours machen. Ich will erst mal hier... Hä, nothing of money? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich hab schon ein Chicken-Labor. Okay, hier vorne. Ich hab ein Chicken-Labor, ich züchte jetzt... Wie Chicken-Labor? Ja, ja, ich züchte... Oh, Restaurant! Ich hab das Restaurant, Junge. Hä? Okay. Du, das ist voll geil. Du baust quasi dein eigenes Chicken-Lager an? Okay. Ja, du brauchst... Und du verkaufst denn quasi... Ja, ja, und verkaufst im Restaurant das Zeug. Äh, wie gut. Okay, das ist... Was bringt das, Leute? So. Wo hast du schon Waffen? Kann ich nicht sagen. Also ich sag nur... Ich sag nur so viel, bei mir läuft's sehr, sehr krass. Mehr sag ich nicht. Ja, das ist gut. Oh mein Gott, Junge. Ah, okay. Was ist das denn hier? Research? Hä? Okay. Aber was ist das denn? So. So. Bei mir sprintet. Bei dir? Bro, bei mir läuft's sehr, sehr gut. Ich bin nur noch nicht sicher. Oh ja, ich mach gut Kohle. Ich mach gut Kohle. Ich mach sehr, sehr gut Kohle. Das muss gleich erstmal geupradet werden hier. Ich hab jetzt... Boah. Junge. Hä, wo sieht man eigentlich das Geld? Äh, das Geld siehst du oben, 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 oben. Ist ein bisschen irritierend, Bro, sonst sieht man immer links und so. Okay, das hat, das hat er während gerade. Aber wie? Reset when leaving caps at 2x, okay. Also ich sag dir, ich mach jetzt hier grad... Ich hab jetzt hier schon zwei Hühner in meinem Stall. Ich hab zwei dicke Hühnchen. Oben ist auch noch ein auf dem Dach. Was? Bei mir. Du hast drei? Ich hab drei Standard-Chickens. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Chicken Coop? Ich hab grad mal zwei. Ich hab Chicken Coop gekauft. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. 600. Junge, ich seh doch hier selber noch nicht durch. Hier gibt's so viele Sachen. Man muss auch irgendwie was Research kaufen. Also... Meinst du kannst später auf dem Mond? Was ist das hier, Leute? Bro, man kann später so selber auf dem Mond dann hat man so Alien-Eier oder sowas. Was? Glaube ich, ja. Das sieht so aus irgendwie. Alien-Eier. Ja, es könnte sein, wenn wir... Oh, warte mal. Irgendjahr Rocket und wir spielen Chicken Taiko. Ist das hier? Chicken Coop. Höh? 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 Ich hab jetzt neue... Ich hab jetzt neue Chickens freigeschaltet. Ja, mit Chicken Coop, ne? Oder so, was noch ist. Nee, nee, ich hab jetzt Fluffy Chickens. Aber ich hab keine Ahnung, was die machen, Bro. Also ich hab jetzt hier auf jeden Fall neue, krasse Chickens freigeschaltet. Ich hab keine Ahnung, wer vorne ist, ne? Ich hab... Kein Plan. Also Ritter, kein Plan. Ich sag's dir, Ritter, ich hab auch keinen Plan. Man kann auch irgendwie später Energie generieren, sehe ich links. Höh, mein Truck ist grad losgefahren. Wohin? Ja, keine Ahnung, du hast weggefahren. Oh, da meinte deine Chicken Farm stinkt. Das meinte er grad zu mir. Oh, das Restaurant ist krass, glaub ich, Leute. Das Restaurant ist richtig krass. Oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Leute, ich muss erstmal hier die Chicken-Dinger ausbauen. Ich glaube, Restaurant zu upgraden, macht jetzt keinen Sinn. Ich werde jetzt erstmal hier weiter Standard-Chicken und so upgraden, dass wir das alles upgraden und dass wir dadurch viel, viel mehr Geld machen, weil dann kann ich mehr Eier verkaufen. Und somit haben wir halt einen extrem krassen Vorteil gegen MBK. Okay, ich werde auf jeden Fall... Ja. Also, ich sag dir, es sieht übel aus für dich. Ja, alles gut. Ich glaube, diesmal will ich gar nicht fronten und so. Einfach der Bessere, der besser spielt, gewinnt. Oh, was sind das hier für Aussagen, Bro. Ja, man muss ja auch mal erwachsen werden. Was sind das hier für Aussagen? Ja. Das ist ja krass. So. Okay. So, das ist ja mal cool. Okay, also ich sag ehrlich, ich mach gut Eier. Ich kann's nicht kaufen. Ah. Ich mach richtig gut Eier. Ich auch. Und ich hab auch schon Multiplikator, hab ich auch schon freigeschaltet. Wie, wirklich? Ja, ja, Multiplikator hab ich auch schon freigeschaltet auf 1,05x. Okay. Aber frag mich nicht wie. Frag mich nicht wie. Ich hab selber keine Ahnung. So. Hä, diese Drohnen bringen einfach gar nichts. Okay, 20 nur. Stark. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, okay, ich muss müden. Leute, wir haben gleich eine neue Chicken Farm, die wir bauen können. Und zwar neues Chicken, was uns nochmal guten Upgrade gibt. Also wir brauchen jetzt 3600 Dollar. Um das freizuschalten. Aber ich mach jetzt so viele Eier nebenbei. Ey, Junge, ich mach grad so viele Eier nebenbei. Bei mir. Hey, Warte, was? Bei mir ist vorbei. Ich sag, bei mir werden grad so viele Eier produziert vorbei. Äh? Was denn? Bei mir sind die Bühne hat die einem Astronautenunterricht. Wie? Ja. Weil ihr nehmen die Astronautenunterricht einfach. Du hast schon das Enchanted freigeschaltet? Äh, nein. Nein. Sag mal ehrlich jetzt. Hä? So einen Astronauten hab ich noch nicht, aber meine machen so, die haben grad Unterricht von einer Rakete. Was für ein Raketenunterricht, Bro, hä? Ja, Bro, Real Talk. Und was bringt das? Kein Plan, die sitzen da und lesen Bücher. Junge, was laberst du? Deine Hühner können nicht lesen, Junge. Meine Hühner sind Hühnersöhne. Ey, also ich sag dir ehrlich, das sind alles Zeus, das sind alles Zeus. So ein Ding ist das. Alles Zeus, ja. Bin ich auch genau der gleichen Meinung. Hä, aber ich hab so ne Fluffy Hühner. Hast du so ne Fluffy Hühner? Ich hab so richtig Fluffy Hühner. Okay, ich hab's, glaub ich, gecheckt. Ich hab's, glaub ich, gecheckt, was man machen muss. So, öh. Was denn? Abracadabra. Was hast du denn jetzt? Ich weiß, ich, Bro, bei mir geht so viel ab, Alter. Junge, bei dir passiert gar nix. Du bist nur am Quatschen. Nein, na. Okay, dann bin ich am Quatschen. Du bist nur am Quatschen, so. Oh, bei mir kommen die ersten Gäste rein. Oh, bei mir auch. Hast du dein Restaurant überhaupt schon ausgebaut? Ich glaub nicht. Nö, das Restaurant, nee. Restaurant bringt nix, ne? Äh, doch. Multiplikator, aber will ich noch nicht holen. Wieso? Nur so, nur so, nur so. Okay. Ey, Leute, ich glaub, schießen bringt mehr. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, schießen bringt mehr als abfahren. Weil, guck mal. Ja, Leute. Wir hätten, nee, ich muss drauf schießen, Leute. Ich muss hier drauf schießen. Das bringt ja viel, viel mehr als abbauen. Nein. Ey, ist das frech. Junge, warum bringt das so viel? Guck mal, wie viel das bringt. Ey, das hätte ich mal direkt machen sollen. Oh, ist egal. Ist egal. Ich glaub, trotzdem. Wie viel Energy hast du gerade? Energy? Äh, 1,5 K. 1,5 K Energy? Ja. Boah, was laberst du? Wieso? Boah, hier hast du 1,5 K Energy. Ich hab 107. Äh? Ja, ja. Hä? Ich hab Ritter keinen Plan. Ich weiß ja nicht. Und was bringt das Energy? Äh, ich kann gleich... Ich weiß es nicht. Also ich glaube, du darfst... Müll, Bro. Ich krieg was Gutes, aber... Ich glaube, MBK quatscht hier ein bisschen Müll. Kann das sein? Das ist auch maxed out. Nein, warum... Warum blöd ist? Nee, ich sag dir ehrlich... Ich bin mal komplett ehrlich und alles und kein Stress und so. Du hast 10.000 Energie oder was? Wo willst du das dann herhaben? Nein, 2K. Ja, woher willst du die HR haben, die Energie? Äh, ich... Energie war das erste, was ich gebaut hatte. Energie kann ich gar nicht bauen. Das laberst du... Wie, du kannst Energie... Äh... Hast du nicht den Energie-Dings, wo du Energie bekommst? Passiv? Nein. Achso, du hast den Energie-Generator, ne? Nein. Bro, du hast den Energie-Generator, ne? Sei ehrlich. Nein. Klar. Der Energie-Generator. Bro, du hast den Energie-Generator. Welchen Energie-Generator? Wie heftig du bist. Nein, wirklich nicht. Krass. Ich bin kein Energie-Generator. Doch, doch, gibt's, gibt's, gibt's. Wo ist der? Bro, gibt's. Ich hab den gerne Energie-Generator, da wird 10.000 Energie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's herausgefunden, Leute. Ich hab's herausgefunden. Nice. Krank. Krank. Okay, also an mir... Oh mein Gott, alter fliegende Hühner. Junge. Was ist das? Grüne Hühner. Grüne Hühner. Grüne Hühner? Ja. Sehr gut. Ich hab auch grüne Hühner. Alter, später, so. Junge, ich hab Astronauten Hühner. Ich hab Astronauten Hühner. Ja, vom feinsten. Ja, vorbei. Ja, ja, ja. Astronauten Hühner. Ich hab jetzt auch Astronauten Hühner. Hab ich jetzt auch freigeschaltet. Ja, ich glaube, Leute, dass in die Case ein bisschen weiter vorne, weil das Abschießen dieser Hühner hier bringt so viel Eier geisteskrank. Aber wir können ihn definitiv noch einholen, glaube ich. Also von daher, das ist ja eh grad am Anfang. Und ich glaube, dass ich halt besser treffe, auch wie er und hier mehr viel, viel mehr Eier mache. Deswegen müssen wir noch ein bisschen mehr Gummi geben hier. So, und das passt. Ich muss jetzt hier... Aber ich sag dir, ich glaube, du bist ein bisschen weiter vorne. Ich hab, ich hab, also gerade gemütet, was ich hab gesagt, wir sind, glaube ich, genau gleich ab. Nee, 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 sind wir nicht, sind wir nicht. Weil, das Ding ist, ich hab abgebaut. Und das war ein großer Fehler. Oh nein, hast du nicht abgeschossen? Hä? Hast du nicht abgeschossen? Nee. Oh, no. Und abschießen wir ihn halt übelst viel, wenn ich das grad so sehe. So, research level 2. Was? Okay, das ist krass. Du hast jetzt schon research level 2. Ich hab jetzt research level 2 gekauft, ja. Ja, bro, jetzt nur am Ballern, Leute. Das Ding ist, du bist auf Restaurant gegangen und ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das eventuell ein kleiner Vorteil ist, aber, äh... Nee, nee, ist nicht. Bro, what? What? Okay, das ist krass. Restaurant bringt gar nix, bro. Das ist krass. Das ist krass. Äh, wirklich nicht? Nee. So, nee, ist es auch frei. Ich muss noch mal ganz kurz hier mit dem, was hier ab. Hey, Leute, er macht grad gut Punkte wahrscheinlich. Aber, wir haben jetzt auch unsere nächsten Eier hier. Bumm. Ich brauch jetzt unbedingt der Mads Galaxy Chicken. Wir brauchen jetzt noch die letzte, äh, auf jeden Fall die letzte Farm. Also es kostet, was es wolle. Ich brauch die letzte Farm noch. Ich muss jetzt hier wirklich die ganze Zeit Hühnerfarm. Ich muss jetzt full auf die Hühnerfarm gehen. So, Leute. Wir haben jetzt richtig viele Eier. Die kann ich jetzt alle verkaufen. Bumm. Und jetzt können wir uns einmal das holen. Und dann muss ich mir das hier holen, Leute. Das letzte... Oh, das ist so teuer, ne? Es ist so teuer, Junge. Okay, warte mal. Ich hol mir erstmal da hinten noch das Upgrade gerade. Vielleicht sollten wir auf Restaurant gehen. Das Ding ist, es könnte sein, dass Restaurant halt auch noch ein bisschen was Heftiges gibt. Aber hier, wenn jetzt noch einmal die Chicken geupdatet, weil das muss auch noch alles fertig gemacht werden. Das produziert natürlich deutlich mehr Eier die ganze Zeit, die Sekunde. Und jetzt müssen wir weiter Geld machen. Wir müssen deutlich mehr... Ich brauch jetzt 90.000, Leute. Oh mein Gott, das dauert so lange, ey. So, Leute. Wir haben jetzt richtig viel Geld. Also, ich hab jetzt hier wirklich auf jeden Fall ordentlich Money. 75.000. Und ich würde jetzt, anstatt das zu kaufen, würde ich erstmal das full upgraden. Boom. Oh, okay. Ich glaube nämlich, upgraden bringt immer ein bisschen mehr, als erstmal das andere kaufen. Weil das können wir natürlich auch kaufen, nuklear schicken. Aber ich glaube, upgraden, das war schon immer bei vielen Simulatoren gewesen, dass upgraden mehr bringt als irgendwas anderes. Ich hab jetzt mittlerweile hier auch Research Level 3 erreicht. Und da haben wir jetzt so ein Fluffybär drin. Also, wir müssen hier verschiedene Hühnersorten auch erforschen. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, ich hab eine andere Meta-Video gefunden. Ich glaube, die ist ein bisschen besser sogar. Öh, okay. Okay, bin ich mal gespannt. Also, ich glaube, ich hab die jetzt relativ gut aufgeholt. So, das haben wir jetzt auch next. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, ich glaube auch, es ist krank. Also, es wird auch immer teurer und teurer die ganze Zeit. Ja, es wird teurer. Ist schon crazy. Aber da muss man natürlich clever spielen, sag ich jetzt mal. Und das werden wir nämlich jetzt machen auch. Freunde, wir nehmen noch mal das Geld mit. Und ich werde direkt hier die Galaxy-Hühner upgraden. Boah, Leute. Junge, Junge, Junge. Okay, Galaxy-Hühner sind 64.000 kosten. Die nochmal. Easy. Ey, ich glaube, das ist besser. Erstmal nacheinander alles upgraden und dann durchkaufen. Viel, viel geiler. Oh, gute Idee. Gute Idee. Ich glaube, jetzt könnten wir ihn echt einholen. Geil. Äh, MBK. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich dich einhole. Okay, bin gespannt. Also, ich bin jetzt gleich mit meinen ganzen Farmen bin ich jetzt auf jeden Fall durch. Ja. Ähm, ich denke mal, du auch, oder? Und ich glaube, umso länger man im Spiel drin ist, umso höher geht der Multiplikator so. Genau, genau, genau. Aber nicht, dass du jetzt schon vorher ein bisschen gefarmt hast. Nee, 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 du, ich habe gar nicht gefarmt. Es gibt halt nur noch andere Sachen, wie man auch den Multiplikator erhöhen kann. Okay, ja, okay. Ich glaube, die hattest du nicht auf dem Schirm. Das kann gut sein. Das kann sein. Und da haben wir jetzt Leute. Wie viel Energie hast du? Boah. Ich habe jetzt 30.000 gerade. Okay. Wie wärst du? Das macht mir nicht gar keinen Sinn. Doch, ich habe 30.000. Ich habe gerade das für 15.000 geholt und jetzt muss ich das kaum für 45. Okay, gut. Dann hast du es auf jeden Fall nicht. Alter, hast du das 15.000 an ich mache. Doch, das kostet 30.000. Nee, nee. Aber ich habe schon das danach. Sorry, ich habe schon das danach. Ah, aua, aua, na, natürlich. Okay, okay. Wie viel Eier machst du gerade die Sekunde? Äh, das sehe ich gar nicht, keine Ahnung. Bro, ich mache gerade 7.000. 1.000 Eier die Sekunde. So wenig. Ja, ja. Boah, Leute. Nee, ich auch. Ich auch. Junge, was ist das denn für ein Ding, Junge? Das ist ja das absolute Chicken Dream, Ding, Junge. Holy Moly Macaroni. Das müssen wir jetzt einmal upgraden. Also das heißt, wir brauchen 165.000 Dollar. So. Holen wir uns jetzt das nächste Upgrade. Oh mein Gott. Was ist das denn? Das ist das Zauberhühnchen. Super Zauberhühnchen, was wir hier gerade haben. Sehr nice. Standard hat das Super Zauberhühnchen geholt. Ich hole das Research Level 4. Ja, sehr gut. Und ich werde jetzt erst mal auf den Mond fliegen. Du wirst jetzt auf den Mond fliegen. So, activate. Wow. So. Wow. Das bringt dir genau gar nichts, Bro. Junge, da bist du erst. Oh Gott, das will. Okay, krass. Oh Gott, das will, Bro. Sei ehrlich, wusstest du das? Eieieiei, das wusste ich schon lange, Bro, dass man nicht auf den Mond fliegen kann. Man muss erst mal das Restaurant fertig machen, aber ist egal, ne? Junge, du bist so schlecht, MBK. Also, einfach nur gesagt und peinlich, mehr sag ich nicht. So, jetzt sind wir damit durch, Leute. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr so viel Farben. Jetzt können wir das nämlich alles passiv machen. Boom. Nein. Ah, okay, okay, okay. Okay, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen was. Weiter geht der Grind. So. Oh mein Gott. Wie weit bist du eigentlich schon mit deinem Restaurant, mein Bester? Äh, darüber möchte ich nicht reden. Darüber müsstest du nicht reden. Genau, genau. Kannst du auch mal vorbeischauen, wenn du... Oh mein Gott, Leute. 390.000 kostet das nächste Upgrade, Alter. Wie teuer ist das denn? Aber ich glaube, danach müssten wir eigentlich damit komplett fertig sein. Und dann haben wir es durch. Weil wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt, guck mal, wie viele Eier wir jetzt gerade machen. Junge, wie viel Geld, Leute. Ich kann euch das Restaurant so krass updaten. Okay, das wird heftig. Das wird wirklich heftig. Weil, guck mal, wir haben jetzt 200.000. 390.000 brauchen wir. Ein paar Dinger hier noch treffen. Dann können wir gleich nochmal das nächste Research-Level freischalten. 220.000. Oh mein Gott. Okay, das war's, das war's. Warte, warte, warte. Guck mal, hier einfach raufballern, Leute. Da braucht man nicht mal anvisieren. Und das müsste 300, 200, 300, das müsste theoretisch jetzt reichen. So. Boom. Und jetzt können wir nämlich hier das komplett letzte Chicken-Nuklear freischalten. Junge, wie viel wir machen. Okay, das ist crazy jetzt. Das ist wirklich crazy. Ich werde jetzt mal schnell das Restaurant einmal ausbauen. So, bumm, weil das kostet ja alles gar kein Geld, Leute. Das kostet ja nichts. Guck mal, wie viel das kostet. Customer, bumm, bumm, bumm. Customer machen wir noch ein bisschen direkt Geld. Junge, wie billig ist das? Hä? Wie billig ist das Restaurant? Junge, aber bringt das auch noch passiv Geld oder so? Warte mal, hier Kitchen. Bumm, bumm, bumm. Kassierer. Freischalten. Chef. Also, ich glaube, das bringt sogar noch mal passiv Geld, oder? Hier, Drive-In, Leute. Es gibt sogar ein Chicken-Drive-In. Wie krass ist das denn? Junge. Alter, ich hab... Junge, wir haben es gleich komplett ausgebaut. Wir haben es gleich komplett ausgebaut. Guck mal, wie das aussieht. Junge, wie günstig das alles ist. VIP Chicken-Launch. VIP Floor. Save. Hier. VIP, Junge. Ey, das ist ja hier das... Ey, das ist ja was. Was ist das für ein krasses KFC, Leute? Junge. Guck mal. MBK ist so weit hinten. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Oh Gott, er ist so weit hinten. Junge, er ist so weit hinten. Guckt euch das mal an. Seine Rest. Oh mein Gott, du bist ja übelst weit hinten, Bro. Junge, du bist ja übelst weit hinten. Ich baue noch mein... Ich kaufe noch das Restaurant, dann bin ich durch, ne? Ich war auf dem Weltallwarte. Bro, also guck mal bitte mein Restaurant an. Guck mal bitte mein Restaurant an. So. Alter. Ach, du grüne Neune. Junge, du bist ja so weit hinten. Hä? Hallo, ich bin jetzt... Ja, ja. Hallo, ich hör dich. Okay, what? Okay, what? Oh mein Gott, ist das krass. Ist das... Ey, Junge, ist das wirklich krass. Junge. Celebrity Chicken, Celebrity Chicken, Celebrity Chicken, Celebrity Chicken, Chicken Guard. So, ich hab alles, Bro. Nein, das fehlt noch. Da muss ich noch einmal verkaufen. Ich bin durch. Fertig. Wirklich? Was laberst du, Bro? Ich bin durch. Also, ich war auf dem Mond. Bro. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Guck mal. Das ist wieder Lüge, was du hast, Bro. Das ist wieder Lüge. Nein. Ich bin durch. Bro, halt doch deine Klappe, Bro. Es gibt hier... Außen hast du auch alles, ja? Die Autos für zwei Millionen und so. Oh, oh. Rede nicht, Bro. Bitte rede nicht. Oh, mein Gott. Ja, okay, jetzt. Jetzt hab ich die fertig. Ja, jetzt hab ich die. Nein, Bro, guck bitte erst mal, ob du alles fertig hast. Du hast gar nichts, Bro. Ja, komm rum, komm rum, mein Junge. Was ist da, was ist denn? Mein Sohnemann. Ich kann dir Unterricht geben in Restaurants, Bro. Ja, Junge, eben hattest du das nicht, das nicht, das nicht. Ja, ich dachte, ich wäre durch, weil ich dachte, das Restaurant wäre das. Ja, also, okay, okay. Also, er hat, Leute, er hat, gerade hat er gesagt, er hat alles durch. Ja, okay, aber ich bin durch. Galaxy Chicken, okay. Und du hast Research Level 5 auch schon alles auf. Alles, Bruder. Research Level 5. Komm noch vorbei. Nein, warum lämst du weiter? Junge, ich bin durch. Ich hab dich eh, du schießt doch noch, hä? Ja, einfach nur gerade, ist einfach nur so, ich bin durch, Bruder. Hä, was redest du? Ich hab dich ja gerade gefragt, ob du draußen alle Autos hast. Ja, hab ich. Also, hattest du nicht. Ich hab alle Autos, es gibt alles. Ich dachte nur zwei Millionen, ich bin gerade noch mal im Haus gelaufen, weil ich dachte, hier ist das irgendwo was. Ich hab aber auch alles. Ich bin durch. Leute, ich hab auch alles. Ich hab, hä, was labest du? Bro, ich bin schon lange fertig. Hä? Also, eine Ahnung. Junge, ich bin schon fertig, wo ich gesagt habe. Nein, das warst du nicht. Junge, was redest du? Bro, ich schieß die ganze Zeit. Easy win. Easy win, würde ich mal sagen. Was labest du? Hier, guck mal hier, ich hab es. Was denn? Hier, guck mal hier. Ach so, oh, das hab ich gar nicht gesehen. Nein, ich heiße MBK, ich heiße MBK, so. Ich bin durch, Dani. Nee, 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 komm mal hier. Also, Leute, ich hab den Tycoon gewonnen. Dani, sei ehrlich, einmal zugeben. Nein, einmal zugeben, hallo. Das war's gewesen. Schönen mit Öl, Leute, lasst ein Like und ein Abo, MBK, mal wieder verloren, das war's. Ich hab heute gewonnen.